Es ist ein Gammast, keine Ahnung, Weltrekord. Also der beste Weltrekord ist es natürlich, GIGA zu gucken. Schleim, aber trotzdem gut. Wer das am längsten aushält, steht jetzt nicht schrecklich. Wann und Scherz ist schon gut, der Sender. Da habe ich ja ein bisschen Angst gekriegt, muss ich ganz kurzzeitig sagen.